So Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und zwar heute FNCS Woche 2 Runde 1. Also jeder in Champion Division konnte hier mitspielen und das Ziel war es, unter die Top 1500 Trios zu kommen. Und das Ganze war ja auch mein erster Cup jetzt in Fortnite, den ich mit Facecam zusammen aufgenommen habe. Also schreibt mir dazu auch mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt, ob ich mit oder ohne machen sollte. Ich meine im Endeffekt entscheide ich es zwar selber, aber mich würde einfach mal eure Meinung dazu auch interessieren. Und für alle, die hier noch neu sind, wenn euch die Videos gefallen, abonniert noch gerne den Kanal, würde mich sehr freuen. Und mindestens genauso sehr würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Creator Code Robnick im Itemshop benutzt. Egal, ob ihr euch da was holen wollt oder nicht, könnt ihr da auf jeden Fall sehr gerne eintragen. Vielen Dank an alle, die das machen. Und ich würde sagen, genug geredet. Wir fangen direkt an mit dem Video. Also viel Spaß. 50 White. Rennst du rein. Nein. Äh, bin nicht. Nice, nice. Ich kann ihn finishen. 1 AP bei mir. 70. 1 AP, 1 AP. Dead. Nice, right, nice. On me. Nice, right. Nice. Ah, der hat nicht Spaß, gell. Ja, ich gehe außen rum. Äh, 80, einer. 80. Dead. Nice. Ich bin dead von der... Oh mein Gott. Wollen wir fliegen oder was an der Auto? Wir können fliehen. Da ist White. Da ist White. Da ist White nochmal. Acht White. Acht White. Nein, der hat 1 AP safe. Mit der AP, mit der Airway. Knock, knock. Seine Mails sind genau da. Er ist gut, der hat lost. 120. Ich hole den unten. Dead. Acht White, Acht White. Acht White. Ja, nice. Weil die ganze keine Bullets. Dead. Nice. Macht so fax. Und das sind die nervigsten Leute. Hinter mir. Oh, ich... Ja, ich... Keine Mets. Null Mets. Ich bin auch boxed. One pump one. White, 40 White. Dead. Nice. Und dann zieh. Hab mein Kill. Nice. Der Miner macht irgendwie Faxen. Chill einfach. 2 gegen 2. Der Miner ist gar nicht so kacke, ne? Sag ich dir ehrlich. Ja, das sind Deutsche. Minus 60. 4 Builds. Er ist dumm. Er ist dumm. Ein Build. Nice. Oh, er kann das Spiel nicht. 110. Ich hab einen Dead. Ich shake für euch. Ich bin drin. Der 82 Dead. 150 Dead. In beide? Oh, mir. Oh, mir ums... Oh, schön. Schön. Also wenn er denn mittendrinne. Ja, ja, hier, hier. Es sind mehrere. Einer ohne ist. Dead. Nice. Ich shake. Ihr könnt die anderen direkt holen. Ich hole. 100. Ja, das war's. Das war nun... Ja, dead. Er ist umgefallen. Okay, wir haben alle 150 HP. 100. Dead. Nein, er lebt noch. Er lebt noch einen. 30, 30, 30. Kann ich mal holen bei mir. Noch einer? Vom neuen Team, glaube ich. 30, 30. Ich muss hier. Wie lebt ihr? Ich habe ja nur Holz. Wir müssen eigentlich jobben, wenn wir nur Holz haben. Ich kann nicht bauen. Ihr müsst bauen. Ich kann nicht bauen. Ja, komm, komm, komm. Könnt ihr zu mir kommen. Ja. Bisschen auf der Seite runtergejobbt. Wollt ihr bei mir nicht reinjumpen hier? Ja. Ja, komm. 30, 30. 100. Frank. 50, 50, 50, 50. Ich hole dich, ich hole dich. Wir müssen rein. Komm, komm, komm. Zone, zone, zone. Ruf, zone. Ja. Ja, ich bin wieder durch den Band. Ich war schon drin. Ich komme zu dir. Ich bin jetzt 0, Mads. 0, Mads. Komplett 1, 0. Ich auch, Lass. Warte, ich baue hier. Spam, ja. 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 Kann nicht sein. Spam, 20, White. Spam, ja. Wir müssen da dran kommen. Komm, da dran. Ich habe keine Mets. Ich bin dead. Hinter dir ist ein 3er-Team. Die kommen hier rein. 2er-Team. Die kommen rein. Aim ihn immer ab. Der ist alleine. Das ist gut, mein Strom. Winnie, Winnie. Ja. Er ist bloß in der Metalbox vorne. Geht, er ist komplett vorne. Nice. Im Tab, bei dir hinten. Noch 300 Mets. 200. 0 Hard-Mets. Schön, hol die Mets, hol die Mets. Richtig. Über dir. Fahr. 1. Oh Gott. Ja, schade, dass er so viel AP hat. Aber gut gespielt, doch. Er kommt nicht. Muss nicht tanzen. Nice, schön. Schön chilling. Er kommt nicht rein. Er will exploten. Tschüss. Nice. Ich glaube, die haben mich gesehen. Oder einer ist Eggland-Towns. Ich stehe auf den 3. 2, 1 jetzt. 180. Dead? Nice. Ich nehme diese Blech, nehme diese Leipzig runter. Ich bin so runtergegangen. Hab ich, bin bei dir? Hier liegt Loot ganz unten. Ich tappe schon mal vor. Wir müssen ein bisschen nach oben. In der Box rein. I'm dead. 100. Hier einer, hier. Ja. Geh weg. Geh weg. Geh außen rum. Hol ihn, dead. Keine Mets. Hol ihn, hol ihn. Nice. Nimm sein Zeichen. Zurückwechsel und wechseln. Weiß, bauen Metal jetzt bitte. Nö. Kannst du noch deinen Cole spielen? Mach ich. Mach schon mal die Wallen, aber dass du da durchkommst. Durchkommst du da durchkommst. Oh Gott. Gut. 200 Mets. Du bist auf Cole. Du musst ihn eigentlich direkt rein auf dem Cole. Sind's nicht. Geht back auf gleich. Ich hab's auch markiert. Gliedermarker. Gliedermarker. Ja. Ja. Komm, wie bei dir? Was ist der? Nein. Oh. Schade. Ah, Lack. Digga. Ich hab so schlechtes Aim gerade, Digga. Hä? Was? Nein. Da fangen die ersten an Span. Los die beiden. Hier, hier, hier. Die gehen zu besser. 120. 160. Scheiße. Die sind in Zone. Dead. Knocked. Nice. 99. Auf den. Crack auf, Digga. Cool. Der ist dead. Weiß nicht mal, ob ich den Finish bekomme. Ja, ich hab meinen Finish. Ich glaub, da kommt keiner mehr. Kann ich dir was nach coolen irgendwo? Ich kann hier unten was trainen, wenn du wollt. Ja, kann der mal. Mach den aus. Den, den, den. Den, den, den. In unserem Tag. Oh, ist raus. Pass auf. Ich hol den. Ich hol den. Über uns. Über uns. Geht nicht in den Tag zurück. Geht nicht zurück. Wir müssen raus. Ich hab Chili Splashes. Ich hab Chili Splashes. Ich mein Low-Head. Auf eigentlich nicht. Ich hab's nicht mehr wahrscheinlich. Ja, ich wollte das nicht, aber ich hab. Ich hab's nicht. Wir können unter uns aufmachen, aber. Das ist schlimm. Rechts. Das wird replaced hier. Nicht, nicht schießen, nicht schießen. Hier ist das schön. Nimm Splashes und das ist ein Pad. Äh, das ist ganz unten. Nice. Mini. 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 Warte. Fünf. Es werden jetzt welche sterben am Berg. Oh ja. Scheiße. Top 3. Let's go, Nico. Ja. Instant. Der kann nicht wieder Metz haben. Heißt, ich dead. Fick mich nicht so finished. Scheiß auf mich. Flieg weg. Flieg weg. Neues Team. Ich hab die Karte. Ich hab noch fünf Bills. Wir müssen eigentlich durchschwimmen. Ja, die fliegen auf uns. Ja, der ist oben auf dem Berg. Ich muss zurück schwimmen. Ich bin wahrscheinlich dead. Ich bin jetzt wahrscheinlich dead. Ihr Biggie. Der pusht euch. Der pusht euch. Doch nicht. Wir müssen eigentlich direkt auf einen drauf. Ich bin ziemlich dead jetzt. Wenn er runter geht. Ich bin dead. Ich hab drei Bills. Hier oben ist B-Mine. Alter Aim Assist. Du bist so OP. By God. Ich hab kurz mit meinem Mikro neu reingedreht. Das war ein bisschen lose. Das hab ich genervt. Fünf. Ich hab richtig viel Zeit. Ich wohne gerade. Hinter mir. 50. Full box. Full box. Dead. Crack, crack, crack. Knocked dead. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich kann es flachen. Ich kann es flachen. Ich muss mich heilen. Come on. Ich kann es flachen. 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 Nein nein. Lass mich schlagen. Geh nach links. Der kippt noch mehr. Wir sind nicht flachen. Wir müssen eines da oben. Halbstick halbstick. Gucken wir nicht, wir können wir nicht. Wir müssen noch eins da oben, noch eins. Wir sind unter Surge. Wir haben gleich schon keine match mehr. Der Pressschritt hat nicht mehr. Ich bin hier unten gefangen, ich bin hier unten gefangen, ich bin hier unten gefangen. Ihr seid drinnen, ihr seid drinnen. Komm her, kommt her. Loot, Loot, Loot. Es geht wieder fahr, es geht wieder fahr. Pickaxe selber, dein Pickaxe. Hinter euch, hinter euch. Du kannst komplett laufen. Du hast 300 Loot. Du kannst noch splashen. Komm mit, komm mit, komm mit. Durch. Ihr könnt hier easy durch, ihr könnt einfach nicht. Steht 10 Teile, der so und was. Wo sind deine Mates? Ja, die sind so schlecht. Dead. Alla, was machen die? Ja, ich wollte den Finish holen, auf einmal gibt der mich. Dead. 60 auf den anderen? Ja. Wo ist der? Nach unten? Nach unten. Der wird vielleicht fliegen. Der rennt, der rennt. Ne, der ist immer noch im Haustunnel, der geht nicht fliegen. Ich glaube. Er ist außen, oben drauf. Er ist gejumped at it, wow. Crack. Habt ihr, habt ihr, habt ihr. Nice ride. Dead. Dead. Nice. Solo Garner. Raus aus Steamy. Ey, ihr seht mich, hier ist ein Solo, äh, du gerade, du gerade, du gerade. Ne, ich jump hinter die. Wir machen, wir jumpen hinter die Bitter. Ihr seid selber nur ein Duo. Dead, knocked. Hab ihn. Schön. Oskar hat gar keine Chance gegen euch. Ich geh komplett rein. Ich geh komplett rein. 90, ich bin dead. 100 mit Max Damage, ich spiel wie so ein Bot, aber ich hab nicht. Ich renne hier einfach, oh einer ist dead, oder? Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. 60. Track, track, der ganz unten. Knocked. Dead. 150. Okay, da sind immer noch zwei Teams, glaub ich. Ich hack den einen, okay? Ich hack den. Ja, mach. Die sind so sauer. Die sind so sauer. Ich hab einen, du, Solo, dead. Oh mein Gott. Okay, oben ist noch ein Team. Verdicht, oder was? Ja, ja. Der ist aber kaka. 130, 130 auf dem Full White Superhelden Skin on me. Ja, ja. Der geht runter. Er hat mich. Er hat mich doch nicht. Ich hab keine Ammo. Nein. Lila hat charge on me, ne? Der ist gelasert. Der ist gelasert. Hier sind andere. Hier unten sind. Sounds right, dead? Mein kill? Ja, ich geh vor dir. Ich geh einfach vor dir und spray die von da. Maybe können wir drei, vier Leute knocken. 15 mal ein Crack. Was? Insta-Finish. Warum werd ich die ganze Zeit gesprayt? Hallo? Ja, same. 40, 40, 40, 40, 40, 40. 3, 2, dead. Über uns, über uns, halt. 90 oder so. Ah! Ich hab die Wall. Crack, crack, crack. Dead. Oh mein Gott, sie gucken auf mich. Ja, links, links, links. Oh, okay. Wir müssen über rechts. Ich land hier unten. Jetzt sieht es ganz schlecht aus für Mächte, ich bin tot. Soll ich? Zwei Pels und Chili-Splash. Ich kann nicht auf sich aufhören. Oh mein Gott, das hat nicht geklappt. Vielleicht einmal? Und bauen wir Metal. Das ist nicht unsere Wall. Hier, komm. Mach mal hinten zu und dann... Ja, passt. Oh mein Gott. Ja, erst ob das klappt, hä? Noch nicht, noch nicht. Wir müssen unbedingt expanden. Wir müssen expanden. Oh mein Gott. 4-1 nach oben. Die kommen. Ja, ich kann noch keine Treppe placen. Sechs Mets. Hä? Über dir ist ein Pad. Nimm das vielleicht. Das sind zwei Wände. Oh. Wie soll ich da echt... Zoffing halt. Musst. Wir müssen eigentlich irgendwo gleich reingehen. Ich hab fünf... Fünf Builds. Ich hab einen. Nice. Wir haben hier... Ich hab keine Mets. Ich kann nicht wirklich weiter. Über uns. Der ist fact egal. Wir müssen hier durch. Kommt hier durch. Kommt hier durch. Kommt. Bucks. Der hier. Unlockt. Nockt. Geht weiter. Ich hab ein paar Mets bekommen. Nicht so viel. Ich kann weiter tappen. Das ist gut. Ich hab jetzt keine Mets mehr. Komm halt. Komm. Ja. Ich baue auch aus dem Rest rein. Okay. Ich hab 190. Ich halte. Ich halte. Ich halte. Ich geh auf Heid. Ich geh auf Heid. Ich geh auf Heid. Ich geh auf Heid. Kommt hier hoch? Vielleicht können wir's holen. Es fällt. 66. Immer in der Box. Dead. Ich bin dead. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Dead. Ich hab Heid. Er geht runter. Ich hab kaum Mets. Ich hab sieben Builds. Doch. Überall. Überall. Die kommen. Die kommen hoch. Knocked. Wonshot. Das sind zwei Hype. Dead. Wonshot. Der ist Solo auf Heid. Nice. Gehen Finish. Du hast Mets Hype. Er ist Wonshot. Er stirbt jetzt. Logan ist ein Solo. Logan ist ein Solo, glaube ich. Ja. Logan ist ein Solo. Oh mein Gott. Wieso muss er mich griefen? Unten ist Wasser. Hä? Was? Der ist auf seinen Kopf. Hä? Was hat der auf Heid? Ich dachte schon wo ist der hin? Was macht er denn? Oh Mama Tom.